hallo meine lieben und herzlich willkommen wieder ein regenschirm dieses mal mit einem größeren modell wir haben hier einen derartigen griff kein henkel kein mini knirps sondern ein ordentlicher regenschirm und er ist gelb natürlich ihr seht sie ganz normal man kann ihn auch schließen und was ganz toll ist schaut mal hier und jetzt hoffe ich kriegte so hier knopfdruck und aufwäsche also das muss man einfach keinen beim regenschirm einfach auch mal mit einem knopfdruck den aufmachen also größer für eine person optimal und mit einem wunderschönen design als die drehen wieder mal wie ein kaleidoskop toll geld grau ein bisschen farbe in die grauen tage und trotzdem schick vom design auch hier ist es das original design musik kosmos von 2019 wunderbar also ganz einfach auch zu machen haben also wirklich eine super qualität und so ein schirm den nimmt meinen wird einfach so da weiß man doch hallo wer ist besonders und wer meint er müssen mitnehmen der hat sich ein eigentor geschossen weil diese schirme da weiß man sie wo sie herkommen und wer sie hat und wer sie bekommt und wer sie sozusagen gekauft hat ist es hier unmöglich dass einer damit herumspazieren kann einfach so ist keine massenware sondern das sind ganz eure speziellen regenschirme so und wo bekommt man die unter shop.madella-mella.com oder aber auf meiner homepage www.madella-mella.com da gibt es einen button der heißt style und dort werdet ihr automatisch weitergeleitet so und das nächste video wird ein neuer regenschirm sein und ich sage ich jetzt schon ein ganz besonderer bis zum nächsten mal tschüss